Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Wir checken natürlich wie immer den Gegenstandshop aus, und zwar vom 07.07.2020. Tragt gerne meinen Submitter Creator Code ein, wenn ihr Bock drauf habt. Und Freunde, checkt auf jeden Fall gerne die Videobeschreibung aus, um zu meinem Instagram-Account zu gelangen. Dort könnt ihr gerne einen Follower lassen, Memes, Infos über Fortnite, so was im Privaten abgeht. Könnt ihr dort immer wieder sehen. Nun gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was jetzt heute in den Shop kommt. Let's gooo! Was ist das denn, Digga, ja? Ähm, ja, fangen wir ganz rechts erstmal an, auf richtig locker. Also, wir haben auf der rechten Seite auf den ersten Blick nichts Besonderes, nichts Neues, nichts Ultra-Krasses. Aber trotzdem schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Fangen wir doch mal heute ausnahmsweise mit dem neuen Emote an. Mach dich locker. Okay. Ähm... Ja, nee, also das... Feier ich irgendwie nicht. Lassen wir mal die Finger davon. Dann gehen wir hier weiter und Tanzbagat, Freunde. War zu der 200 Monat drin gewesen. 500 V-Bucks ist ein Meme-Mode. Hey, wenn ihr Bock drauf habt, warum nicht, schlagt auf jeden Fall gerne zu. Dann haben wir den krassen... Äh, Moment mal. Dann haben wir hier die Krabbe. 500 V-Bucks auch ein Meme-Mode. Ihr wisst ja, Freunde, ganze Krabben-Memes damals, die es da gab. Ähm, ist okay. Kann man machen, denke ich. Je nachdem, wie ihr halt Lust drauf habt. Dann haben wir hier Beast Pilot. 800 V-Bucks. Finde ich so von der Optik her jetzt nicht so nice. Ist die, da ist die Beast Pilotin auf jeden Fall cooler von der Optik her, meiner Meinung nach. Deswegen lassen wir da mal die Finger davon. Fokus ist auf jeden Fall am Start. 1200 V-Bucks. Ist auch nicht der beste. Es ging keine Ahnung, warum ich mir den damals geholt habe. Dann haben wir hier oben Kontrast. Und krasser Spalter, wie ihr sehen könnt. Ist alles vom dunklen Paket. Aber müsst ihr halt selber wissen, ob ihr euch das gönnen möchtet oder nicht. Ich persönlich finde die jetzt auch nicht so krass. Und ansonsten hier auf der rechten Seite gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, würde ich jetzt sagen. So auf den ersten Blick. Deswegen gehen wir einfach mal hier rüber zu der linken Seite und checken mal hier die Sachen ab, was da draußen abgeht. Ach ja, Freunde, glatt vergessen zu sagen, wann was, wann wie drin war. Also Fokus zuletzt vor einem Monat, elfmal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier die dunkle Spitzhacken und so. War zuletzt vor sechs Tagen drin gewesen, achtmal im Shop. Dann haben wir den Krabben-Emote, war zuletzt vor 21 Tagen drin und 14mal im Shop. Dann haben wir hier den Emote hier, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen, 13mal im Shop. Und dann haben wir hier nochmal Beastpilot, war zuletzt vor 27 Tagen drin und siebenmal im Shop. Glatt vergessen, Freunde. Mann, Mann, Mann. Okay, weiter geht's. Also, was haben wir hier? Wir haben hier Bareforce One. Dann ist ein bisschen älterer Gleiter, so ist auch, sag ich mal, Oldschool vom Valentinstax-Event damals. War zuletzt vor 100 Tagen drin gewesen, zwölfmal im Shop. Dann haben wir hier Kuscheltarnung, Kuschelbeauftragte und Kuschel-Airlines. Alles war auch hier zuletzt vor 107 Tagen drin gewesen. Kuschel-Airline und die Lackierung waren insgesamt elfmal drin. Kuschelbeauftragte schon ein bisschen öfter. Dann gehen wir hier rüber, Fluffes zurück. Ja, muss man mögen. Ich persönlich jetzt finde den nicht so cool, deswegen, also lasse ich da auch vorerst mal die Finger davon. Wir haben auch passend dazu natürlich hier noch eine Spitzsacke. Fürstliches Zepter, 800 V-Bucks. Muss man auch feiern, denke ich. Alles, was ihr gesehen habt, war dreimal bis jetzt insgesamt im Shop und zuletzt vor 36 Tagen drin gewesen. Dann gehen wir hier rüber, Bashi 1200 V-Bucks. Ist interessant. Hat auch einen neuen Stil, den wir uns anschauen können. Und zwar eine komplett schwarze Version. Und einmal die normale Version. Die komplett schwarze Version ist okay. Aber ist trotzdem kein Skin, den ich mir jetzt persönlich gönnen würde. War zuletzt vor 35 Tagen drin gewesen. Und viermal im Shop. Das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall mit dem Battle Royale Modus gewesen sein. Wir switchen jetzt auf ganz entspannt in den Ready die Welt Modus. Und schauen uns dann dort nochmal an, was raus in der Wildnis denn so abgeht. So, Leute. Im Lama Shop haben wir auf jeden Fall das legendäre Trollschatz-Lama für 500 V-Bucks. Was sich jetzt bei mir in dem Fall nicht lohnen würde. Und für euch denke ich mal auch nicht. Das war es auf jeden Fall hier mit dem Shop Video. Lasst einen Daumen. Da vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann mal raus, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao.